Da sag ich neun. Eins hab ich vergessen. Bestimmt. 100 pro. Ach neun. Wie viele verschiedene Länder waren schon in der CHL vertreten? Was sind es diese, da sind es 13. 13. War schon jemand anderes dabei? 14. Am Tag ist 15. Also wie viele insgesamt schon dabei waren? Genau. Dann nehmen wir 16. Wie war der Land dabei? Sauer. Sauer. 14 Länder waren es, okay. Wie viele verschiedene Teams aus der DL haben jemals in der Champions League gespielt? Unsere drei. Unsere drei. Ja, Augsburg ist dies mit eingereicht, also das zählt jetzt schon bei der Frau. Berlin. Dann hast du Nürnberg. Nürnberg. Wolfsburg. 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 Bord. Köln, Sieben. Ingolstadt. War Ingolstadt? War Ingolstadt dabei? War schon? Doch, Ingolstadt, oder? Ja. Die war auch dabei, ja. Schöne mal acht. Dann sage ich neun. Eins haben wir vergessen, bestimmt. Wunderfroh. Neun. Neun. Na ja, einigen wir uns auf neun. Hat doch mal, jeder die eigene. Achso eigene, neuneinhalb. Ja, machen wir halt… Dann sage ich zehn. Mach ich acht. Fertig. Lass mal das durchhaben. Oh, elf Teams. Wow. Augsburg, Eisberg, Düsseldorf, Hamburg. Ui. Irgendwas statt Köln hatten wir. Grefeld, stimmt. Grefeld, Mannheim, Red Bull. Ja, gut, okay. Also Hamburg und… Ja, okay. Ja, gut. Haben wir die Liga unterschätzt? Ja. Starke, starke Liga. Wie viele Teams haben ein rotes Heim- oder Auswärtstrikot? Elf. Ich sage, was verrückt ist, 24. 20. Okay. Dann nehmen wir die Mitte. Ich sage, 18. Ja, also. Schon wieder elf. Wahnsinn. Wie viele Teams haben wir da? Elf. Elf Teams. Größte Distanz zwischen zwei CL-Teams. Schweden da oben, wenn das ganz oben liegt. Da bist du über zwei. Das können schon mal die drei sein. 3.000… Ich sage, 2.887. Dann nehmen wir 2.323. Was war das? 2.320. Ich bleib bei die 3.000 irgendwas, 3.050. Keine Ahnung. Oh! 2.513. Crenobel-Audio. Crenobel-Audio. Mal schauen. War gut. Bist ja gut dabei. Was hast du gesagt? 2.000… 400… 300… Ausgesprochen. Ich sage mal 980. Sag ich… 1050. Das bist du noch irgendwo. Dann sage ich… Dann gehe ich halt drüber und nochmal rede. 1250. Also, da sind wir alle rüsselt irgendwo dazwischen. Das wird böse. Auge. Auge. Ich dachte, die wären fairer. Dreieck. Knapp daneben. Also, insgesamt waren wir ja gar nicht so… Insgesamt haben wir ja gesagt, oder? Das hieß ja insgesamt, wie viel wir haben, oder? 950.000 und 10.000. Dann sind wir ja genau eigentlich da. Ist ja super, oder? War aber gar nicht schlecht. Aber nicht schlecht. Haben wir wieder was gelernt, oder? Ja. Dann 2.200.000. 3.200.000 Detle Hazard, das ist ja sehr golden. Sie sind skicklé. Im 처음 wir zurück. Dies 2880 satisfy.